Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei B-Part Gaming und heute gibt es ein Ankündigungsvideo, denn ich möchte über ein Thema reden, was jetzt schon länger nicht mehr zur Sprache gekommen ist und wo wir euch auch auf jeden Fall ein Update schuldig sind, nämlich der FIFA Guide. Den haben wir glaube ich Anfang, Mitte September sowas um den Dreh angekündigt und ja, zu Beginn von FIFA 17 sind auch Tutorial-Videos gekommen, die dann auch in diesen FIFA Guide hinein sollen, aber danach kamen dann irgendwann nach einer Weile keine Tutorial-Videos mehr und für euch auch keine Updates. Was ist der aktuelle Stand? Wie geht es weiter? Das möchte ich jetzt hier mit diesem Video ändern. Und ich nehme jetzt einfach mal direkt vorweg, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt das Thema für uns auf Eis gelegt haben. Das bedeutet, dass wir in der jetzigen Phase nicht mehr aktiv daran weiterarbeiten und das hat vor allem den Grund gehabt, dass wir erst sehr verzögert überhaupt in der Lage waren, mit den Arbeiten an dem FIFA Guide zu beginnen und verzögert bedeutet in dem Fall Anfang Dezember. Und warum das erst so spätmöglich war, das werde ich euch am Ende des Videos erklären, weil das sind ein paar Gründe, will ich euch jetzt nicht damit zutexten. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut euch aber das Video bis zum Ende an. Jetzt ist erstmal viel wichtiger, dass ihr versteht, warum wir jetzt dann sagen, okay, wir pausieren jetzt erstmal das Thema. Wir stecken jetzt gerade keine weiteren Ressourcen und Kapazitäten hinein. Und ich kann mir vorstellen, dass es für euch auch schon vorstellbar ist, denn wir wollten eigentlich mit dem ersten Teil der Videos oder mit dem ersten Paket der Videos so Ende Oktober, November online gehen und das ist noch die heiße Phase quasi. Da ist das Spiel gerade rausgekommen und ihr habt insbesondere jetzt gerade dann zu diesem Zeitpunkt Interesse an Videos, die euch erklären, wie ihr besser werdet, weil ihr das Spiel gerade angefangen habt zu spielen und dann merkt ihr, dass ihr Probleme habt. Da ist das Interesse an solchen Inhalten, wie man besser wird, am größten. Und jetzt waren wir leider nicht in der Lage, zu diesem Zeitpunkt dann auch diese Videos online zu stellen und wenn wir jetzt erst Anfang Dezember damit anfangen können, könnt ihr euch vorstellen, dass das ein bisschen dauern würde. Dann kommen jetzt noch so ein paar andere Sachen dazwischen, werde ich am Ende des Videos reden und dann ist es eigentlich fast erst realistisch, dass die ersten Videos wahrscheinlich irgendwie Mitte Februar dann draußen werden. Und ja, das ist dann einfach für uns der Punkt, wo wir einfach nicht oder wo wir nicht in der Lage sind, sagen zu können, okay, machen wir, sondern wir müssen einfach abstecken, was haben wir alles für Möglichkeiten, was für Projekte, was für Sachen möchten wir gerne angehen und was für ein Potenzial haben sie. Und der FIFA Guide, der hat ein Riesenpotenzial, aber er hat natürlich das größte Potenzial, wenn man das zum richtigen Zeitpunkt rausbringen kann. In eher so einer runtergehenden Phase ist das Interesse daran nicht mehr ganz so groß und dann macht das für uns einfach, wo wir einfach sagen müssen, wo stecken wir jetzt gerade unsere Ressourcen und Kapazitäten rein, nicht mehr ganz so viel Sinn, jetzt da voll reinzugehen. Und das würde wirklich bedeuten, dass ich eigentlich fast nichts anderes mache, außer Videoproduktion von Tutorials, dann quasi da reinzustecken, wenn das dann erst Ende Februar oder Februar jetzt, Ende Februar, keine Ahnung, einfach Februar zum Beispiel die ersten Videos online gehen könnten. Das macht einfach dann für uns nicht so viel Sinn, weil wir haben ein paar Sachen auf unserer Agenda und wir sind gerade schon überlegen, wie wir das alles hinbekommen, wenn das alles funktioniert, was wir vorhaben. Und dann auch noch das Thema, was quasi gerade eher so ein bisschen das Interesse abnimmt, das sagen wir dann einfach, das ist nicht sinnvoll, weil wir müssen dann auch schon schauen, wo geht es mit Beepart Gaming hin. Das ist ein Unternehmen und wir müssen irgendwo davon leben, was von den Sachen, die wir machen und das ist dann für uns einfach kein sinnvolles Investment in dem Sinne. Investment bedeutet einfach Zeit und Arbeitskraft, die wir da reinstecken würden. Und da können wir uns vorstellen, sind wir auch nicht mit Happy. Zum einen der FIFA Guide, das ist so ein geiles Projekt, alleine die Vorstellung, etwas dieser Art und Weise zu realisieren, sein FIFA-Wissen da in eine Form hineinzugießen und danach weitergeben zu können, das ist der Hammer. Und zum anderen haben wir immer wieder verkackt. Wir haben angekündigt und wir haben nicht abgeliefert. Und das ist scheiße, das tut uns richtig leid, wir sind richtig abgefuckt darüber, weil wir diesen Fehler schon auch in der Vergangenheit mehrmals gemacht haben. Und das wollten wir eigentlich, dass das nie wieder passiert. Wir waren uns sicher, dass wir den FIFA Guide realisieren. Ist nicht dazu gekommen, zu diesem Zeitpunkt jetzt. Und das tut uns leid, dass es jetzt schon wieder so weit ist, dass wir sagen müssen, das, was wir angekündigt haben, können wir jetzt nicht einhalten. Das soll nicht sein, das darf nicht sein und ist einfach scheiße, um es mal so ganz ehrlich zu sagen. Ich hoffe aber dennoch, dass ihr irgendwo auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen könnt, warum das jetzt so ist. Dass man nicht immer nur das machen kann, worauf man am meisten Bock hat, sondern was einfach aus unserer Position gerade am meisten Sinn macht. Und das ist jetzt leider das Thema aus unseren Punkten nicht. Und wir müssen halt schauen, wie es auch für uns weitergehen kann. Aber das hatte ich ja schon auch ausgeführt. Und an dieser Stelle auch, es haben viele Leute über Patreon schon was gespendet. Die bekommen das Geld natürlich zurück, weil es ist logisch, da ging es darum, dass dieser FIFA Guide kommt. Der ist jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt nicht da. Die bekommen jetzt das Geld dann logischerweise zurück. Viele Leute, hört sich jetzt auch erstmal nicht viel an, aber das ist nach unserer Vorstellung gewesen, weil wir haben diese Kampagne schon mal eingerichtet. Also das war so eine Kampagne, wo ihr uns schon unterstützen könnt für diesen FIFA Guide. Aber unsere Vorstellung war, dass wir abliefern und dann, dass ihr sagt, hey, das war nice, finde ich super, das möchte ich dann im Nachhinein unterstützen. Und von daher ist das jetzt nicht schlimm, dass das nur viele Leute sind, aber die bekommen logischerweise ihr Geld zurück und tun uns auch effektiv leid für die Leute, die sich einfach auf den Guide jetzt gefreut haben. Und da kann ich natürlich kurz aufgreifen, wie es mit dem Thema weitergeht. Ich habe ja gesagt, das Thema ist pausiert und es ist nicht gestrichen und wir haben gesagt, das ist eine doofe Idee, sondern im ganzen Gegenteil, wir haben noch richtig Bock drauf und wir denken, das ist eine gute Idee. Aber ich werde natürlich jetzt den Teufel tun, ohne was Konkretes anzukündigen. Mai 2017, der, 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 der FIFA sitzen. Nein, das war natürlich nur Spaß. Also, wir haben das Thema noch weiter auf dem Zettel und wir werden schauen, wo und wann das am meisten Sinn macht. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt noch Tutorial-Videos jetzt in FIFA 17 kommen. Das Problem, oder da müssen wir einfach schauen, wann ich das gut dazwischen bekomme in die Produktion. Und mit Tutorials komme ich auch ganz gut zum letzten Teil, denn ich möchte jetzt zunächst erstmal einen kurzen Ausblick geben, was so als nächstes bei mir ansteht und wie sich das auf Tutorials ausfügt. Und dann auch nochmal der Blick zurück, warum sich das denn so verzögert hat, bis wir mit der Arbeit mit dem FIFA-Guide beginnen konnten. Zunächst mal, was steht als nächstes an? Ich werde Anfang Februar in Paris bei den Regional Finals von FAT Champions sein. Da sind dann die besten 16 Europäer auf der Playstation 4 und die 16 besten Europäer auf der Xbox One. Die spielen ein Turnier aus und wenn ich da gut performe, dann qualifiziere ich mich für die Championship von FAT Champions. Das ist das große weltweite Endturnier von FAT Champions. Richtig geile Sache. Dafür möchte ich mich natürlich vorbereiten. Und da werde ich jetzt vor allem den Januar natürlich trainieren. Und der Januar ist auch noch dazu ein Qualifikationsmonat für die zweite Saison, für das zweite Regional Finals Event. Das heißt, wenn man im Januar bei der Weekend League gut performt, dann ist man bei dem übernächsten, also bei dem zweiten Regional Finals Event auch dabei. Das heißt, der Januar ist auch wieder ein sehr wichtiger Monat für die Weekend League, aber auch für mich für die Vorbereitung für Anfang Februar für das Regional Finals Turnier in Paris. Es gibt, wie gesagt, noch ein zweites Regional Finals Turnier. Dafür qualifiziert man sich im Januar. Ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall ist dadurch auch alleine der Januar schon, sag ich mal, dadurch recht voll. Und wenn ich jetzt über Tutorials nachdenke, wann ich Tutorials machen kann, dann wird es wahrscheinlich erst nach diesem Zeitraum fallen können. Ich kann mir eher vorstellen, also ich will nichts versprechen, aber wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass es erst ab Mitte, Februar, Ende Februar, sowas um den Zeitraum möglich sein wird. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, warum es sich so verzögert hat. Und da werde ich hin und wieder mal nach rechts schauen, weil da habe ich mir nochmal die Gründe aufgelistet. Und das ist jetzt nicht so eine lange Liste, aber ich will einfach nur sicher gehen, dass ich dabei nichts vergesse. Und der erste Grund, das ist eigentlich ein ziemlich simpler oder banaler Grund, wenn man ihn so hört, nämlich FIFA 17 und auch die neuen Features, die waren eine größere Umstellung als gedacht. Wie gesagt, hört sich jetzt erstmal simpel an, aber das hat große Auswirkungen, weil, als Beispiel, ich bin drei Wochen vor Release, konnte ich nach Köln fahren, zum Capture Event konnte ich schon Sachen zu FIFA 17 aufzeichnen. Ich hatte mir vorgenommen, sehr viele Tutorials aufzuzeichnen, die schon in den FIFA Guide hineinkommen. Zum Beispiel neuen Freistöße, neuen Ecken, Shielding, präzise Steilpässe, flache Abschlüsse, flache Kopfbälle, die ganzen neuen Features, die neuen Elfmeter und so weiter. Dann war ich da vor Ort und habe einen Großteil dieser neuen Features nicht verstanden und dazu kann ich dann keine Tutorial-Videos machen, wenn ich einfach sehr lange brauche, um diese Features zu verstehen. Bei den Freistößen habe ich heute noch Probleme und es macht einfach keinen Sinn, dass ich da an Tutorials arbeite, wenn ich da hingehe und dann probiere ich aus, ich verstehe am Anfang nicht, was der präzise Steilpass machen soll, ich verstehe nicht, wie die flachen Abschlüsse gut funktionieren sollen oder ob sie effizient sind, in welchen Situationen sie gut funktionieren, dann brauche ich dazu keine Tutorial-Videos zu machen, weil das ist unser Anspruch, wenn wir Tutorial-Videos machen, insbesondere für den Guide, das muss sitzen, das muss geil sein, das muss passen, das muss euch weiterhelfen. Wenn ich das nicht garantieren kann, dann mache ich das nicht und dementsprechend habe ich nur die Sachen gemacht, die ich auch wirklich verstanden habe und wo ich direkt auch wirklich weiterhelfen konnte. Das ist unser Anspruch, den wir da einfach an uns haben und das hat uns natürlich auf eine gewisse Art und Weise gehindert, aber so handhaben wir das oder so handhab ich das, was Tutorial-Videos betrifft, das ist halt für mich irgendwo dann recht wichtig und das war natürlich dann problematisch und darauf aufbauend, es hat sehr lange gedauert, ich habe glaube ich, keine Ahnung, FIFA 17 eine Woche lang gespielt oder irgendwann in der Demo, vier, fünf Tage und irgendwann habe ich verstanden, wie die flachen Abschlüsse gehen und solche Sachen, solche Erkenntnisse gaben, es hat sehr lange gedauert und ich bin jetzt noch an dem Punkt, wo ich FIFA 17 immer noch dabei bin, das Spiel besser zu verstehen. Natürlich bin ich jetzt schon sehr viel weiter als, keine Ahnung, Mitte September oder Ende September, aber dennoch hat das sehr lange gebraucht, um dieses Spiel in seinen Details zu verstehen und dadurch war am Anfang einfach, kurz zurück, genau, zum einen ist es dann schwerer am Anfang Tutorials auszuarbeiten, das ist der eine Punkt, zum anderen ist mir dann auch aufgefallen, wenn ich das Spiel gespielt habe, ich muss die grundlegende Struktur von dem FIFA Guide, der geplant war, auch noch einmal überarbeiten, weil dann einfach die Sachen anders ineinander eingreifen, mein Verteidigungskonzept zum Beispiel sieht jetzt anders aus, als es in FIFA 16 und davor war und dann auch ganz pragmatisch gesehen, muss ich mehr spielen, um das Spiel besser zu verstehen, das heißt, auch da war eine Verschiebung einfach da, wie viel Zeit ich schon, ab wann ich Videos produzieren kann und wo ich noch spielen muss, um das Spiel besser zu verstehen, das ist schon mal ein Grund. Dann ein ganz, ganz großes Problem, über die letzten drei Monate war, ich hatte einen, oder wir hatten einen neuen PC bestellt, dieser PC war unter anderem auch dafür da, dass ich mit diesem PC die Videos produziere, die sollten Top-Qualität haben oder die sollen Top-Qualität haben und dafür brauchte ich einen neuen PC, der einfach mehr Leistung hat, mehr Speicherplatz, weil der Speicherplatz wurde bei mir knapp, klar, da kann man immer noch eine externe Festplatte dazunehmen, aber es sollte eine einheitliche Arbeitsumgebung geschaffen werden, um an den Videos zu arbeiten. So, PC bestellt, Mitte September, jetzt Anfang Dezember war er hier lauffähig, der musste zweimal zurückgeschickt werden, ich musste ihn einmal neu bestellen, er war zweimal zur Reparatur, ich musste ihn einmal neu bestellen, denn das hat sich über Monate hinweggezogen, nicht nur, dass ich dadurch dann halt gehindert war, an welchem PC ich arbeiten kann, sondern dazu natürlich auch, ich musste mich ständig mit dem Problem auseinandersetzen, ich hatte Probleme, oder ja einfach die Situation, dass der hier war und ich richtig lief und dann musste ich recherchieren, woran das liegt und dann musste ich rumprobieren, ich musste jedes Mal auf dem neuen PC, wenn er hier war, einrichten und so weiter, deswegen habe ich übrigens das jetzt am Ende gepackt, weil ich jetzt hier einfach so runterrattere, was alles so scheiße gelaufen ist die letzten Monate und das hat natürlich einfach extrem viel Arbeitszeit gekostet, auch Arbeitszeit, die ich zum einen nicht in den Guide reinstecken konnte und zum anderen auch, dass mir die Arbeitsumgebung, die eigentlich geplant war, gefehlt hat, das war schon mal scheiße. Ähnliches, in eine ähnliche Richtung war, wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt, seit glaube ich ein bis zwei Monaten oder eineinhalb Monaten ungefähr, habe ich jetzt meine Videos auch in 60 FPS, dafür habe ich eine neue Capture Card. Bis es dazu gekommen ist, haben wir auch lange gebraucht, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir in Gesprächen waren mit einem Capture Card Hersteller, der uns auch was zur Verfügung stellen wollte, aber da ging es auch mal die ganze Zeit, mal so ein paar Wochen hin und her, bis wir immer zu der Erkenntnis gekommen sind, okay, das wird anscheinend so schnell nicht passieren, wir bestellen jetzt einfach eine. Warum ist das relevant? Weil die Sachen, die ich aufzeichne für die Guides, die sollen natürlich auch beste Qualität haben, das heißt eine neue Capture Card mit 60 FPS, das heißt eine höhere Framerate, dadurch ist das Bild besser und es ist quantitativ besser und das soll natürlich auch einheitlich sein. Es bringt nicht so viel, wenn ein Bruchteil in der Scheißqualität ist oder in der schlechten Qualität oder in der schlechteren Qualität, um es korrekt auszudrücken und ein anderer Teil in der besseren Qualität, weil dann muss ich mich effektiv eigentlich, ich kann mich nur auf dem niedrigsten gemeinsamen Nenner irgendwo einfinden. Von daher wäre das nicht so gut gewesen. Von daher war das ein weiterer Grund. Zum einen Arbeitszeit in diese Scheißabsprache und dann zum anderen hat das auch so ein bisschen gehindert, dass da quasi dann auch schon an den Videos gearbeitet werden konnte. Dann, ein ganz, ganz großer Punkt, den hatte ich auch schon so ein bisschen angerissen. FUD Champions. Muss man ja auch sagen, ich wusste schon vorher, das ist ein interessanter Spielmodus, aber ich dachte nicht, dass er mich so fesseln wird. Ich dachte am Anfang, ich wusste nicht, wie zeitintensiv er sein wird, aber effektiv waren die Preise so gut oder die Preise sind so gut, dass wirklich die Motivation da ist, da jedes Wochenende die 40 Spiele zu machen. Das ist das eine. Der Antrieb ist da, das zu spielen und dann zum anderen erfolgreicher als überhaupt vermutet. Die Motivation war natürlich noch größer, als ich im November gesehen habe, gemerkt habe, dass ich eine Chance habe, unter die besten 12 Europäer im November zu kommen, um mich da für die Regional Finals zu qualifizieren. Hätte ich ja vorher nicht gedacht, dass ich dazu in der Lage bin. Aber dadurch wurde das Ganze noch mal zeitintensiver, weil ich mich intensiver damit natürlich auseinandergesetzt habe, weil ich da mit einem höheren Fokus in die Spiele gegangen bin und von daher habe ich dann noch mehr Zeit letztendlich auch für freigeräumt, um einfach die Spiele so erfolgreich bestreiten zu können, dass ich nachher auf Platz 8 in der Welt, tut mir leid, meine Stimme lässt inzwischen ein bisschen nach, auf Platz 8 in der Welt auf der Playstation 4 im November gelandet bin und mich da für dieses Event qualifiziert habe. Ich bin einer von 16 Europäern auf der Playstation 4, der an diesem Event teilnimmt. Das ist für mich der absolute Hammer und hätte ich vorher nicht für möglich gehalten oder nicht gedacht und dass das so zusammengekommen ist, dass dieser Modus so zeitintensiv ist und dass ich trotzdem auch so erfolgreich da drin bin, dadurch ist natürlich auch, sag ich mal, da Zeit reingeflossen, die ich so vorher nicht auf dem Schirm hatte, die mir fehlen wird. Also ich hätte vorher gedacht, dass ich am Wochenende mehr Zeit haben werde für auch andere Dinge neben FUT Champions spielen. Das ist ein weiterer Punkt und daraus aufbauend kam dann natürlich auch noch die Sache, dass YouTube letztendlich auch, oder generell YouTube, aber auch Twitch, einfach nochmal irgendwie bei euch an, oder es hat, es funktioniert besser, um es mal so zu formulieren, es ist erfolgreicher. Wir haben super Zuschauerzahlen auf Twitch, dadurch ist natürlich auch da der Antrieb da, da mehr Zeit reinzustecken. Das gleiche auch auf YouTube. die Serie mit Let's Play Ultimate Team, wo ich die FUT Champions oder die Weekend Leagues zusammenfasse, unglaublich zeitintensiv, 40 Spiele jedes Mal zusammenzufassen. Ich habe es fast jedes Wochenende am Anfang gemacht, weil ihr es geil fandet und weil wir gesehen haben, wow, oder weil ich gesehen habe, das finden die Leute super. Es abonnieren wieder auch mehr Leute unseren Kanal, es schauen mehr Leute zu, das kommt super an, dann wollen wir das natürlich aufrechterhalten und dementsprechend ist auch da mehr Zeit reingeflossen in YouTube, aber auch in Twitch als ursprünglich, sage ich mal, geplant. Aber das hat sich einfach irgendwo ergeben und das einfach in diesem Gesamtkonstrukt, dass irgendwie FUT Champions so interessant war, dass ich so erfolgreich da drin war, dass dadurch auch dann irgendwo das Interesse von mehr Leuten auf uns gestiegen ist, dass es wie bei Gaming interessanter wurde, weil anscheinend auch viele gesehen haben, wow, die können anscheinend richtig gut zocken, deswegen haben sie dann bei Twitch bei uns eingeschaltet oder auf YouTube bei uns eingeschaltet, nebenbei die scheiß Probleme zum Beispiel mit dem PC und so weiter und dadurch hat sich einfach irgendwo die Priorität oder letztendlich einfach die Situation nicht so ergeben, einfach auch ganz pragmatisch gesehen, dass der scheiß Rechner nicht da war vor Dezember, dass einfach vorher nicht wirklich die Muße da war, die Zeit da war, die Möglichkeit da war, an den Videos zu arbeiten und ja, dieses Sammelsorion an anderen Gründen hat irgendwo dazu geführt und alles weitere habe ich jetzt eigentlich in diesem Video hier auch ausgeführt und ich glaube, das war jetzt auch recht lang genug, ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich fertig, ich habe sehr lange gebraucht, um das Ganze einzusprechen, deswegen habe ich auch kaum noch eine Stimme und ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sorry nochmal an dieser Stelle natürlich für die Umstände, die hier entstanden sind und ich hoffe, dass ihr uns weiterhin trotzdem die Treue haltet und die Fahne halt, nee, das ist irgendwie, Redewendung ist manchmal nicht so meins, besonders zu dieser späten Stunde, wir haben gerade ohne Witz, 24.12. 5.32 Uhr, das ist dann für mich der Punkt, dass ich dann das Video hier beende, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für euer Verständnis und es wird weitergehen mit einem FIFA-Guide, ich sage nichts weiter dazu, aber wir haben das Thema weiter auf dem Schirm, wir hoffen, ihr auch und ihr habt trotzdem noch weitergefallen an den Sachen, die wir sonst so machen und dass noch drüber hinaus ihr auch noch mehr noch von den Sachen mitbekommt, die wir neben den Sachen sonst machen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber dass ihr dann auch noch mehr seht, was wir noch so nebendran alles realisieren. Das soll es an dieser Stelle davon gewesen sein, ich bin total am Ende, haltet euch einen Kasten sauber, euer Tess. 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 Tess.